hallo und herzlich willkommen auf master's clash channel heute geht es um verschiedene angriffe auf genau denselben verteidiger und zwar in unserem letzten clankrieg gegen pistolia elite die gegnerische nummer 11 haben wir genau dreimal angegriffen darunter zuerst einmal mit go wipe und dann zweimal mit go la lune und der erste go la lune angriff war ich und wirklich interessant ist es was ich da mache und was dann derjenige nach mir macht aber zuerst einmal zeige ich euch den angriff den ersten von tobi auf dennis er fängt hier mit standard go wipe von unten an das ist relativ sicher auf zwei sterne geht er da in seinem ersten angriff gegen den direkten gegenüber und er fängt eigentlich von unten an mit magiern zu cleanen geht mit den drei golems von unten rein die leider alle relativ auf einem haufen gelaufen sind aber das macht kaum da wenn sie jetzt in die mitte laufen dann gehen sie auseinander dadurch den sprung laufen sie rein pecker und king und queen hinterher und ein wutzauber um sie alle zu beschleunigen und auch noch ein heil zauber drauf und da kommt jetzt die gegnerische klarenburg raus die königin die kümmert sich auch um die gegnerische klarenburg und noch ein wutzauber in der mitte beschleunigt ziemlich alle peckers alle golems könig und königin und das ist der erste stern schon sehr sicher und der zweite stern dürfte dann auch relativ bald fallen jetzt sind zwar alle relativ hier in dieser mitte drin aber da kämpfen sie sich jetzt raus auch die riesenbomben machen da den golems natürlich nichts und die königin klient an der seite noch weiter da sie außer reichweite ist von den gegnerischen verteidigungen jetzt sind wir schon bei 47 prozent da fallen dann gleich die 50 jetzt dabei ja jetzt haben wir genau die zwei sterne also sehr sicherer angriff auf zwei sterne von tobida was eigentlich meistens der fall ist da man wir beim ersten angriff immer eher auf sichere zwei sterne gehen und der zweite angriff ist dann auf drei sterne auf einen den man auch definitiv drei sterne kann und jetzt lässt er den angriff noch auslaufen schaut noch dass er möglichst viele prozente noch mitbekommt 60 prozent haben wir gerade links außen wird noch gekleent der könig ist noch da und jetzt ist die königin gefallen und auch die paar letzten magier und der könig werden jetzt noch unter beschuss genommen und sind jetzt auch gleich geschichte genau das war der erste angriff auf die gegen gegnerische nummer elf jetzt war so mein gedanke hey den kann man doch super mit gola loon machen ja kann man aber eher nicht so wie ich das gemacht habt ihr seht schon ich habe 47 prozent geschafft und warum genau das sehen wir jetzt gleich also mein ansatz war eigentlich mit zwei golems von links rein zu der linken luftabwehr da sollte da wo der sprung war da sollten eigentlich die golems rüber laufen aber ich habe den zweiten golem schon etwas zu weit rechts gesetzt das heißt er läuft nach unten da da geht eigentlich schon mal alles schief die magier klingen eigentlich rechts ganz schön der könig dürfte dann auch gleich rein laufen und da kommt die königin und diese eine arbeiter hütte veranlasst sie dazu nach rechts zu ziehen die gegnerische klaren burg kommt raus und nur ein golem ist links und mein könig ist links und die magier stehen alle noch außen werden gerade von der kanone außen unter beschuss genommen heißt die luftabwehr steht noch und die gegnerische klaren burg ist draußen mein golem ist futsch mein king ist futsch und die einzige die noch steht ist meine königin rechts die aber auch unter ständigen beschuss steht heißt es ist am anfang schon mal alles schief gelaufen die gegnerische klaren burg ist nicht da und die luftabwehr steht auch noch und jetzt ist noch ein verzweifelter versuch von mir diesen einen drachen noch zu besiegen der magier ignoriert die natürlich einfach ich versuche ihn noch irgendwie nach unten zu ziehen weil wenn ich da jetzt mit meinen lufttruppen reingehe dann stört mich der drache natürlich immens und da komme ich nicht weit jetzt versuche ich noch mit einem bar abzulenken und ich habe noch einen lucky aber er kann leider auch nicht mehr viel ausrichten und der drache überlebt mit ungefähr null lebenspunkten und jetzt bin ich am überlegen eigentlich war mir jetzt in diesem moment schon klar das kann nichts mehr werden aber ich versuche es dann natürlich trotzdem noch wenigstens einen stern zu holen da kommen meine hunde von oben relativ platzierte loons die loons ganz rechts außen und die ganz links außen waren vielleicht etwas voreilig gesetzt da sie da keinen schutz hatten und der drache aus der gegnerischen klaren burg stört da ziemlich heftig er brennt meine luftballons nieder und auch die wutzauber bringen da nichts mehr jetzt in der mitte die letzten loons gehen auch down rechts kommen noch mal ein paar loons von mir um noch irgendwie prozente zu erhaschen aber die luftabwehr ist natürlich rechts unten stehen geblieben und die luftabwehr links unten hat auch ihren job getan da ich die ja vorher nicht nicht zerstört bekommen habe und auch der letzte das letzte kleine hündchen wird jetzt vom drachen noch besiegt 47 prozent ja das war aber gerechtfertigt weil das habe ich wirklich versaut muss ich sagen aber ganz am schluss vom klankrieg hat sich dann noch mal disqualifiziert den dennis angenommen und der hat mir dann mal so gezeigt wie es geht jetzt schauen wir mal er hat schon mal einen besseren ansatz gefunden wo denn der golem nicht davon laufen kann er setzt den sprung schon anders sehr sehr schlau hier die zwei golems kommen da rein mit relativ vielen magiern macht er das die oben sind alle sicher weil da keine verteidigung steht und jetzt ist oben auch gekleent und könig und königin gehen super rein und der einzige weg der jetzt weitergeht eigentlich von diesem von diesem kleinen viereck wo die jetzt drin sind ist weiter zur luftabwehr da ist die luftabwehr schon gefallen die gegnerische königin ist gefallen und es sind immer noch beide golems da und könig und königin sind auch noch da und noch einige magier die oben auch noch klinen und die gegner schick hamburg ist hier gefallen und von oben kommen dann auch schon die hunde und die loons glücklicherweise es sieht so aus wie wenn sie alle auf einem fleck fliegen aber sie sind doch noch weit genug auseinander um die beiden luftabwehren zu zerstören ein weiterer wutzauber in der mitte die luftballons sind in stierer masse da ersetzt genauso wie ich vorher noch die zwei luftballons rechts außen beim bogeyturm und auch wenn die gegner schluftabwehr noch etwas länger stehen bleibt es sind einfach noch so viele luftballons da die die gegnerischen verteidigungen überwältigen das rathaus ist schon allein durch den schaden von den ballons gefallen der gegnerische könig ist noch da und da spielen wir das ganze ein bisschen ab und es ist nur noch aufräumarbeit heißt sein ansatz war einfach besser und er hat das auch dann einfach besser ausgeführt also ich hatte wirklich pech dass mir der golem da abgehauen ist und die queen dann auch noch abgehauen ist aber da hätte ich vielleicht auch von anfang an dran denken können ich hoffe euch hat mein kleines video zu verschiedenen angriffen auf diesen einen gegner wieder mal gefallen und ich würde mich natürlich freuen wenn ihr kommentiert liked mir folgt und das nächste mal wieder mal einschaltet bei mir auf masses class channel bis dahin ciao